Musik Von den Rahmenbedingungen her ist es für mich persönlich jetzt bei der BUWOG perfekt. Wir haben ein super Bürogebäude im ersten Bezirk, also es ist sehr zentral. Ich kann meine Freizeit mit meinem Beruf verbinden, also wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, kann ich mich mit Freunden treffen, das macht es natürlich für mich lebenswert. Wir haben bei der BUWOG eine feste Anwesenheitszeit, unsere Kernzeit. Wir haben mit der wir auch eine Gleitzeit machen können. Das ist nun mal unter der Woche anders als am Freitag. Am Freitag ist es dann nur von 9 bis 12, unter der Woche ist es dann von 9 bis um 15.30. Man kann sich abseits der Kernzeit seine Zeit frei einteilen. Dadurch, dass wir ein Projektgeschäft sind, ist es sowieso sehr wichtig, weil es natürlich abhängig von der Projektphase immer etwas mehr und etwas weniger zu tun gibt. Das Gebäude ist modern ausgestattet, ob es IT-Equipment ist von neuesten Handys und Tablets, bis hin zu einem höhenverstellbaren Schreibtisch. In der BUWOG gibt es unterschiedlichste Benefits, sei es von Vergünstigungen in unserem Bistro, zum täglichen Mittagessen, über Services von Masseur, Schneiderin zum Gratis-Öffe-Jahresticket. Es gibt auch die Möglichkeit des Familienzimmers, dass man das in Anspruch nimmt, dass man wirklich auch bei Fenstertagen das Zimmer nimmt. Das ist komplett ausgestattet, sowohl eben für das Arbeiten mit einer Dockingstation, aber auch für die Kinder. Es gibt Beschäftigungsprogramme für jedes Alter. Die Personen, die bei uns im Unternehmen Kinder haben, die werden großartig unterstützt und ist, glaube ich, sehr erwähnenswert, wenn man an die BUWOG denkt.